Guck mal, ob ich die 10 schaffe. Gewonnen! 60! Hey Leute, Geonox hier. Willkommen zu einem neuen Airsoft Video. Adam und ich sind auf der Area M und spielen mit unseren Lancer Tacticals. Wir haben die Gewehre auf dem Skistand getestet. Die 50 Meter sind gar kein Problem und selbst die 60 Meter sind treffbar. Wir sind Team Blau. Spielmodus ist Flagge. In Klammern mit Timer. Adam und ich sind gesprintet und die Gegner erwarten uns nicht so weit vorne. Ich höre ein Rascheln hinter mir und switche auf meine Backup. Ich komme hier die ganze Zeit rüber gerannt. Hier kommen die alles runter und da kommen sie runter. Jetzt gerade ist hier keiner, aber die kommen als nachgeschoben. Unten hinter uns haben wir Blau. Da oben ist einer. Siehst du den? Immer wenn jemand an meine Position kommt, versuche ich kurz und knapp die wichtigsten Informationen weiterzugeben. auf der Bunkerkante. Jawoll, durch die Äste. Okay. Okay. Ei, stop den Deathrack. Nicht, dass die denken, du bist raus. Stimmt. Pass auf, die schießen von da. Und einer von da. Da sind zwei oben auf der Bunkerkante. Ich glaube diese Bunkerkante, die ist safe. Warte, da oben ist einer. Ab ihn. Das war die Wand. Oben, 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 oben. Ab ihn. Der ist raus. Alright, da ist noch einer. Rechts. Wir kommen gerade aus dem Spot. Der spaziert hier rüber. Oh, Hit! Nice! So, aber bis gleich. Da hat's top gemacht. War gut der Spot, gell? Aber gut gezielt, ich habe nur so rausgeguckt. Zum Glück bin ich auf die Stirn geschossen. Geo für Adam, wo bist du? Oberste Straße, Flagge. Die Straße geht ziemlich frei aus. Wir können noch weiter hoch? Nee, ihr könnt hoch. Oben ist blau, bis zum letzten. Jawohl. Alle raus. Hab alle raus! Soll ich ziehen? Schaffst du? Einer muss die Flage holen. Ich probier's, ja? Hilfe! Jetzt ist überhaupt nicht clear! Scheiße! Schieß zurück! Habt ihr sie? Ich werde an der Kiste festgenagelt. Jedes Mal, wenn ich hoch schaue, schießen die Gegner. Und ich muss zum Flaggehissen aufstehen. Wow, 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 wow! Da ist noch einer! Der schießt auf mich! Hol sie raus! Ich hänge hier fest! Geht die Flagge jetzt mal! Geht nicht! Jedes Mal, wenn ich raus gucke, schießen sie! Wow, wow, wow! Die schießen, die schießen! Es geht nicht! Flagge ist unter Beschuss! Ich hänge hier fest! Geht nicht! Jedes Mal, wenn ich hoch gucke, dann schießt jemand! Ich weiß es nicht! Kann ich ziehen? Wow! Geht nicht! Geht nicht! Ich habe den Gegner gesehen! Übernächster Kamin! Linke Seite! Blaues hoch! Blaues hoch! Okay, danke schön! Gut gemacht! Gut gemacht! Alter Schwede! Adrenalin! Habe ich die richtige hochgezogen? Beim Briefing sollte man immer deutlich zuhören! Ich habe den Timer vergessen! Was für ein Timer? Alter, ich habe keinen Timer gedrückt! Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke! Ich gehe jetzt Babys mit Milch essen und wir sehen uns beim nächsten Mal! Bis dann! Ciao, ciao! Seidig! Bo終öYes up. Juchenlio Mal.